Hallo, mein Name ist Carsten Werner, hier aus Leipzig. Wir waren heute Abend hier bei einer Podiumsdiskussion, dem Wahlforum der IHK, der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer zu Leipzig, die alle Parteien eingeladen hatten, die bereits im Bundestag sitzen. Die Parteien, die nicht im Bundestag sitzen, so wie wir, die Büsow, wurden zumindest gebeten, einen zweiten Reihplatz zu nehmen und wir durften uns auch zu Wort melden. Es war insofern interessant, als dass ein heißes Thema bei der Debatte gerade die Energiewende war. Denn 60% der Unternehmen sehen es als größtes Risiko an, dass die Strompreise so weit steigen, dass sie sogar Insolvenz anmelden müssen, oder dass zumindest ein wirklich prekäres Problem in ihrem Betrieb wird. Darüber hinaus konnten wir natürlich die wirklich strategischen Themen auch reinbringen. Ich hatte mich zu Wort gemeldet, das können Sie auch gleich sehen, und einfach die Tatsache angesprochen, dass wir uns ja nicht im luftleeren Raum befinden und hier diskutieren, sondern gerade jetzt ein Militärschlag von Seiten Großbritannien und USA gegen Syrien diskutiert wird. Und dass er wirklich in den Dritten Weltkrieg führen kann, wie Sie hier auch auf der Webseite und in den Nachrichten täglich lesen können. Und das haben die Leute schon zur Kenntnis genommen. Einige sprachen mich dann nachher darauf an, dass es eine wichtige Wortmeldung war. Ich sage natürlich auch, dass die Finanzkrise gelöst werden muss, strukturell. Und dass es nicht eine Frage ist von Abgaben. Von der linken Seite kamen ja viele Vorschläge von Vermögenssteuer und Reichensteuer und Immunärsabgaben. Der Unternehmer sagt natürlich nein, aber das ist eine Scheindebatte. Was wir wirklich brauchen, ist eine grundlegende Änderung. Wir brauchen das echte Trennbankensystem. Und es hat sich, denke ich, mal wieder gezeigt, dass die Büso wirklich leider allein auf weiter Flur, aber zum Glück gibt es uns ja, wirklich kohärenten Gesangvorschlag hat, wie wir einerseits die Kriegsgefahr erbändigen können, indem wir nämlich die Kreise in London und New York eindämmen, von denen das ausgeht und von denen auch die Finanzkrise ausgeht. Wenn wir die mit dem Trennbankensystem dann das Wasser abgraben, dann können wir uns wirklich eine fantastische Zukunft schaffen, einen neuen New Deal in ruseweltscher Manier. Und das kam auch hier gut an und gab aus einigen Beifall. Ich würde gerne einen Vorschlag machen, der wirklich aus der, wie wir sehen, Wirtschafts- und Finanzkrise wirklich rauskommen. Aber bevor ich das mache, würde ich dann doch was ansprechen, was vielleicht sonst gar nicht angesprochen werden würde. Aber Sie alle wissen es, wir haben heute im Radio hören können, dass wir wirklich sehr nah daran sind, dass wir einen Militärschlag gegen Syrien erleben können. Das ist, was ist kreuzgefährlich. Alle Experten, egal aus welchem Lager, sind sich einig, keiner weiß, wohin die Reise geht. Und wenn es zum Äußersten kommt, dass sich nämlich zum Beispiel Russland involviert, dann kann es wirklich zum thermonukäleraren Krieg kommen. Das kann keiner wollen. Dann müssen wir gerade als Deutschland, wir sind das wirtschaftlich stärkste Land in Europa, eines der wichtigsten Länder der Welt, der klare Meinung sagen, dass wir damit nichts zu tun haben wollen. Weil das zum einen jetzt zur Finanzkrise, also ich denke nicht, dass wir ein Einnahmen- oder Ausgabenproblem haben, sondern vielmehr das Problem ist, dass wir ein Strukturproblem haben. Gerade im Osten ist es doch beispielhaft nach der Wende, wie wir von einer Produktionsgesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft abgerutscht sind. Im Westen hat man das Strukturwandel genannt. Und das ist das eigentliche Problem, dass wir zu wenig reale Wirtschaft haben und zu viel Finanzdienstleistung, wenig bezahlte Werte und so weiter. Und das kommt auch nicht nur aus der Politik allein. Dort arbeiten ja massiv gewisse Leute, die ich jetzt beim Namen nicht nennen will, aber die dann um Dreiecken ihren Sitz in der City of London, an der Wall Street oder eben auch in Brüssel haben, die dann eben dafür gesorgt haben. Und wenn wir so weitermachen, dann wird es uns bald gehen wie den Griechen. Denn diese Sparlogik, dass wir einfach mit den Haushalten konsolidieren, funktioniert ja gerade in Griechenland nicht. Wir haben drei Jahre lang Träuker-Politik erlebt. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Was wir vorschlagen, ist keine Enteignung, ist kein Sozialismus, sondern einfach gesunder Menschenverstand. Und zwar Franken-Rosevelt hat 1933 die Banken getrennt. Das ist nicht dasselbe Trennbanken-System, was die CDU und die SPD vorschlägt. Das ist eine echte Bankentrennung, dass die Realwirtschaft gestützt wird. Und da bräuchte man wirklich eine Investitionsreffensive, einen neuen New Deal. Soviel dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.